Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Serdar Lunatics, ich bin Tänzer, komme aus Berlin-Kreuzberg. Wir sind gerade momentan in den Wilmersdorfer Arcaden in der Lunatics Dance Base. Ich bin eindeutig gegen Mobbing, aus welchem Grund? Mobbing ist sehr erniedrigend und Menschen zu erniedrigen ist nichts Schönes. Und vergiss nicht, es gibt sowas wie Karma und alles was hier gibt, kriegt ihr auch wieder so zurück. Deswegen, Mobbing ist nichts Schönes, was man zurückkriegen kann. Unterlasst es einfach, seid positiv. Leute, die ihr mobben würdet, pusht sie einfach, gebt ihnen motivierende Sätze, Sprüche, motiviert sie und dann kriegt ihr auch nur Gutes zurück. Im Endeffekt tun wir alles nur für uns selber. Also seid gut zu eurem Umfeld und dann wird das Leben auch viel schöner. Peace, Serdar Lunatics.